Endspiel Deutschland-Indien im Hockey. Die Inder in weißen Hosen greifen an. Schuss! Vorbei! Zweikampf bleibt der indische Stürmer Sieger. Zum Halblinken, zum Halbrechten. Schuss! Von links. Steil nach vorne. Zum Mittelstürmer. Lang. Schuss! Die Inder greifen an. Zum Halblinken, zum Linksaußen. Schuss! Wiederum die Inder. Die deutsche Partei stoppt ab. Die Deutschen greifen an von links. Pulli. Der indische Mittelstürmer führt den Ball. Geht nach halb links. Schuss! Geht nach halb links. Schuss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017